Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Solo Sieg Challenge. Wir haben Tag Nummer 23 und wir stehen auf Rang 3 mit 188 Punkten. Und die Lage in der Hudson Bay und in Kanada hat sich drastisch verschlechtert über Nacht. Wir haben es mit einer vollen Invasion zu tun, kein Sperrkommando, keine kleine Landung, nein, eine große Invasion mit großen Armeen. Norwegen geht hier all in. Es gab Kommunikation und es gibt auch weiterhin Kommunikation und es scheint so, als wären mir mit unseren Vermutungen Richtung Argentinien richtig gewesen, Argentinien plant, der Koalition mit Norwegen beizutreten. Es gibt aktuelle Gespräche zwischen mir und Norwegen, die natürlich zu nichts führen werden, aber bezüglich der Tatsache, dass sie uns theoretisch gerne in ihrer Koalition sehen würden, da sie mich als ihre größte Gefahr sehen, fand ich auch ganz spannend. Und deshalb würden sie mich auch aufnehmen, eventuell, aber aktuell buhlt auch Argentinien um deren Gunst und will deren Koalition beitreten. Und das heißt für mich, Argentinien spielt hier von Anfang an nur auf den Sieg, was natürlich klar ist, aber sie werden hier auch über Leichen gehen, haben das auch bereits getan und würden auch genauso noch Australien hintergehen wie auch uns. Sie wollen einfach in der ersten besten Koalition sein. Das heißt, wir lagen hier relativ goldrichtig mit unseren Vermutungen, was das Diplomatische angeht und ich fühle mich Richtung Argentinien auch gar nicht mehr schlecht, vor allem, weil sie jetzt auch beginnen, Truppen an unserer Grenze zusammenzuziehen. Sie wissen, in welche Richtung der Wind weht. Wir auch, denn wir müssen uns jetzt verteidigen. Im Norden kommt ein großer Angriff und ich denke mal, wir alle wissen, dass unser Ziel vom Solosieg hier langsam, aber sicher den Möglichkeiten entschwindet, aber wir werden trotzdem unser Bestes geben. Und dass wir den so schwer wie möglich machen, hier noch irgendwas gegen uns zu tun. Wir haben bereits eine Reihe an Aktionen durchgeführt heute Nacht. Wir haben eine Verteidigung etabliert, wie bereits geplant, von Kirkland Lake bis Ottawa. Die beiden Provinzen haben auch gehalten. Wir hatten noch kurzzeitig Timmins auch kontrolliert, das aber aufgegeben, als der gegnerische Angriff zu stark war. Wir konnten den Einfluss der gegnerischen Marine mehr oder weniger komplett negieren. Wir haben es geschafft, da größtenteils ohne Probleme hier zu operieren, denn sie kommen nicht an unsere Festungen heran. Unsere Luftwaffe konnte auch sehr schnell mobilisieren, hat auch bereits einige Angriffe geflogen mit eher wenig toller Wirkung. Wir haben nicht viel Schaden angerichtet, konnten deren Kreuzer ein bisschen beschädigen. Ein paar mussten sich auch zurückziehen. Wir konnten auch einige der gelandeten Truppen zerstören, aber soweit lief der Krieg für uns hier jetzt nicht optimal. Wir konnten keine größeren Verluste irgendwie verursachen. Aber keine Sorge, die beiden Bomber sind jetzt endlich in Position in Montpellier und werden jetzt hier bald angreifen und dann vermutlich zunächst mal diese beiden Kreuzer versenken und dann hier Timmins angreifen. Und dann werden wir eine Rückeroberung der Gebiete in Kanada beginnen, wenn unsere neuen Truppen hier eingetroffen sind. Ich schicke auch bereits weitere Artis heran, weil ich nicht mit dem großen Aufgebot hier gerechnet hatte. Das heißt, wir werden noch weitere Verstärkungen brauchen. Wir werden dann auch heute Nacht unsere Gebiete hier drüben in Panama City und Montaglia verstärken, denn ich nehme an, Argentinien wird morgen oder übermorgen angreifen. Das heißt, wir müssen hier auf zwei Fronten kämpfen, was natürlich nicht leicht ist, aber wir werden es tun müssen. Das heißt, ich werde da auch versuchen, dann möglichst zügig hier meine Truppen in ihre Ausgangsgebiete zu schicken. Was aber nicht leicht wird, denn wir haben eigentlich nicht die Truppen, die wir haben sollten. Wir haben jetzt schon acht Artis aufgegeben von unserer eigentlichen Invasionsarmee. Das heißt, der Plan mit Argentinien ist mehr oder weniger verworfen inzwischen. Der wird nicht mehr so funktionieren. Wir werden einfach nur eine Defensive machen und hoffen, dass wir dann irgendwie zurück angreifen können. Ich bin gerade noch nicht ganz sicher, ob ich denn jetzt hier eigentlich wirklich in Panama Stadt und Montaglia meinen Last Stand machen soll oder ob ich echt El Tigre nehmen soll. Denn wenn wir hier drüben bleiben, haben wir ja auch die Chance auf einen Gegenangriff. Andererseits können sie uns da einfach überrennen, denn wir haben eben nur eine sehr, sehr untiefe Verteidigung. Zwei Provinzen mehr nicht. Das heißt, eventuell macht ein Rückzug nach El Tigre dann auch doch Sinn. Aber natürlich werden sie da auch irgendwann durchbrechen. Also mal schauen, wie genau ich das angehe. Aktuell liegt mein Fokus einzig und allein auf dem Norden. Unsere Insel Alivik wird fallen. Das hatten wir ja gehalten mit einer Garnison aus 13.000 Truppen. Die wurden bombardiert und zerstört. Aktuell lassen sie hier meine 1.000 am Leben. Ich weiß nicht ganz warum. Die sind aktuell auf dem Weg mit Gewaltmarsch, um hier nochmal aufzudecken, was hier gerade kommt, für mögliche Zielerfassungen der Bomber. Vielleicht finden wir noch Artillerie. Das sind aktuell keine großen Einheiten. Ich will eben nur verhindern, dass sie irgendwelche größeren Armeen hier einschiffen können. Die würde ich gerne dann noch beschädigen mit meinen Flugzeugen. Bisher haben sie keine eigene Air Force hier und auch keine wirklich größeren Verbände. Sie haben aber leider hier drüben Einheiten. Das sind vermutlich Kreuzer. Und es dreucht mir, dass das dort hier diese 11 Kreuzer sein könnten. Denn das wäre ein Problem. Da hätten wir keine Mittel gegen. Auch die Bomber würden da nicht viel ausrichten können. Das heißt, wenn das die 11 Kreuzer sind, dann gute Nacht. Also mal schauen, was genau da ankommt. Ich hoffe wirklich, dass es nur ein, zwei Kreuzer sind. Die können wir auch hier mit dem U-Boot angehen. Aber es könnten deutlich schlimmere Dinge sein. Und ja, damit haben wir quasi längst unseren Zenit überschritten. Wir werden auf jeden Fall noch sehr, sehr stark sein. Wir werden eine sehr, sehr große Erneuance sein für die beiden hier. Die werden auf gar keinen Fall eine leichte Arbeit mit uns haben. Wir haben inzwischen wirklich gut aufrüsten können. Wir haben viel Arty. Wir haben bisher hier wirklich nur mit unseren Reserven gekämpft, mit den kleinen Garnisonen. Und trotzdem ist es geschafft, hier oben eine Verteidigung zu etablieren. Trotz ihrer Überraschungen und ihrer Überlegenheit. Und damit werden wir auf jeden Fall es den beiden richtig schwer machen. Und die Kampagne wird noch eine ganze Weile dauern. Es sei denn natürlich, damit es hier irgendwie eine Rieseninvisionsarmee jetzt irgendwo landen will, dann wird es schwierig. Aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Das heißt, für die nächsten Runden, nur mal so ganz konkret geplant, weil wir ja die Solosieg-Geschichte immer so geplant hatten, werde ich vermutlich erstmal wieder nicht auf Solosieg gehen. Einfach nur, weil wir das jetzt ein bisschen gemacht haben. Es war auch spaßig. Aber ich habe das Gefühl, dass der Frust, der dann kommt aus dem Treffen von irrationalen Entscheidungen, so ein bisschen auch da ist. Also, weil wir quasi genau wissen, wie wir die Runde gewinnen könnten. Wir hätten schon längst diese Runde easy gewinnen können, wenn wir einfach mit Argentinien gewesen wären zusammen. Wir hätten hier oben locker verteidigen können. Wir hätten alle Truppen hier gehabt. Das wäre niemals für sie gut gegangen. Hätten wir einen Tag später das alles passieren gehabt, wären wir auch Superfeinden gewesen, weil wir Armeen hier oben gehabt haben. Also von daher, alles, was hier passiert ist, war total eigentlich vermeidbar. Und deshalb würde ich gerne es in der nächsten Runde erstmal wieder mit der Möglichkeit auf Koalition versuchen. Aber dann können wir durchaus wieder einen Solosieg versuchen, wenn wir dann auf eine Karte gehen, in der dann eh die Koalition deaktiviert sind. Da gibt es ein Event immer wieder dazu. Und ich denke, da wäre eine Solosieg-Challenge ganz spannend, weil da macht es ja jeder. Das heißt, da haben wir nicht die Sorge, uns irgendwie von Koalition besiegen lassen zu müssen. Sondern da können wir einfach unser Ding machen wie hier und müssen uns vor solchen Dingen nicht in Acht nehmen. Also ja, wir werden auf jeden Fall jetzt noch Krieg führen hier. Wir werden weiterhin unsere Linie um Kirkland Lake halten. Das ist aktuell mein Plan. Ich habe keine zweite Linie bislang etabliert. Theoretisch wäre ein Rückzug nach Quebec und Ottawa möglich. Wenn wir Quebec verlieren, dann werden wir auch Halifax verlieren, was ein wichtiger Stützpunkt ist. Auch Ottawa ist eine wichtige Produktionsprovinz hier im Norden. Das heißt, wir müssen hier eigentlich wirklich mit allem, was wir haben, halten. Sollte auch möglich sein, außer eine größere Heeresgruppe kommt jetzt daran, dann müssten wir eventuell uns zurückziehen. Aber ich denke, das können wir fürs Erste noch vermeiden. Zumindest für ein bis zwei Tage. Dann werden wir vermutlich danach uns zurückziehen müssen, wenn das passiert, auf eine Linie Lansing und Washington DC. Da sind bereits erste Verteidigungswerke vorbereitet worden. Das heißt, da könnten wir auch notfalls noch halten. Und wenn das wiederum dann schief geht, dann müssten wir uns vermutlich aus den ganzen USA kontinental zurückziehen. Denn dann wäre da keine wirkliche Verteidigungslinie mehr möglich, keine Festung mehr da. Das wäre dann für uns eher ein Problem. Wir könnten nur noch lokal Widerstand leisten. Im Süden natürlich der Fokus weiterhin auf El Tigre. Das heißt, da sind wir im Notfall auch safe. Wir werden hier weiterhin unsere Flugzeuge behalten. Wir werden jetzt vermutlich nicht auf unsere Offensive gehen. Ich habe es leider nicht geschafft, größere Truppenbewegungen hier auszumachen. Ich habe keine guten Spionage-Infos bekommen. Das heißt, dadurch fällt jetzt hier so ein bisschen einfach der Faktor weg, dass ich nicht weiß, was hier passiert. Ich kann einfach keinen Angriff starten. Ich weiß nicht, wo deren Truppen sind. Ich weiß nicht, was sie haben. Wir haben einfach über eine ganze Woche hinweg keine guten Spionage-Infos bekommen. Und können dadurch einfach keine Operation jetzt starten. Das ist vollkommen hinfällig, da jetzt irgendwie anzugreifen. Ich wüsste gar nicht, worauf ich gehen soll. Ich habe keine Daten, nichts. Von daher werden wir auch dort erstmal keine Angriffe starten können. Wir werden uns dann später auch zurückziehen aus Montaerian, Panama City vermutlich. Ich denke, die Entscheidung habe ich jetzt getroffen, einfach weil es dann doch Sinn macht, hier diese Gebiete einfach aufzugeben. Wir werden hier nicht kämpfen können. Wir werden hier besiegt werden. Das heißt, da macht es keinen Sinn, an diesen Gebieten noch länger festzuhalten. Und ja, im Norden mal schauen. Das wird jetzt eng. Was hier kommt, gerade das hier, das werden wir gleich sehen, was das ist. Das könnten wirklich die Elfkreuzer sein, wenn das wirklich Elfkreuzer sind. Dann haben wir ein Problem. Wir werden mal diese 10.000 Truppen hier auch abziehen. Also ja, ich hoffe mal wirklich, dass es nicht so ist. Das wäre äußerst ärgerlich. Aber zum Glück, der Norden hier inzwischen ganz safe. Wir haben aktuell hier fast sogar ein Truppenplus im Vergleich zu ihnen mit den neuen Einheiten. Sie haben jetzt hier etwa insgesamt, will ich sagen, 80.000 bis 100.000 Truppen. Wir kommen langsam Richtung der 60.000, 70.000, 80.000 ebenfalls mit der Verstärkung. Das heißt, wir werden hier bald gleich stark und dann stärker sein. Die 10.000 sind ja auch noch dazu, plus die zwei Bomber. Die wiegen natürlich auch viel auf. Das heißt, wir werden hier durchaus gut stehen. Gerade für eine Defensive, alles, kein Problem. Aber natürlich haben sie hier aktuell den Supply-Vorteil. Denn wir sind hier ja erstmal am Scramblen, bringt Truppen heran. Sie haben aktuell sichere Häfen, mehr oder weniger. Wir noch nicht. Also für unseren Nachschub hier. Wir haben keine guten Eisenbahnlinien. Das ist alles noch ein bisschen im Aufbau. Das heißt, da sind wir jetzt noch so ein bisschen im Nachteil. Aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin, uns hier zu etablieren. Wir werden auch Artie noch haben. Wir haben bereits leider eine Artie verloren. War mein Fehler. Ich war hier ein bisschen zu weit vorgerückt. Hatte versucht zu bombardieren. Wurde erwischt. Die Artie war damit verloren. War aber auch nur eine. Von daher kein so großes Problem. Aber Norwegen scheint wirklich gut zu sein. Die haben auf jeden Fall Ahnung. Die sind auch sehr aktiv. Das heißt, Norwegen ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner. Und wir müssen eben schauen, was wir hier tun können. Also ja, das ist die aktuelle Lage. Es läuft hier aktuell schwierig. Zumindest in Hawaii haben wir fast gewonnen. Es ist immer noch ein bisschen kritisch, weil wir immer noch nicht ganz vorankommen hier. Also das ist wirklich zum Mäuse-Maken. Diese ganzen Infanteristen, die uns hier nachjagen. Wir werden jetzt hoffentlich heute Abend Koloa einnehmen. Und dann ist endlich der Hawaii-Krieg vorbei. Dann könnten wir uns theoretisch alle nach Hawaii zurückziehen. Wäre ganz witzig eigentlich, aber das ist jetzt zu spät. Wir hätten es vorher machen können, wenn wir früher hier gewesen wären. Wir hätten Eisenmangengeschütze bauen können, Bomber, das volle Programm. Und dann hätten wir hier ewig aushalten können. Wäre mega witzig gewesen, aber das wird es jetzt vermutlich nicht mehr geben. Wir werden jetzt hier alles in unsere Landverteidigung setzen. Und wir werden versuchen, hier das für sie so schwierig wie möglich zu machen. Und noch lange ist ja gar nichts entschieden. Das ist noch gar kein Send-Off, gar kein Goodbye. Das ist noch lange nicht fertig. Wir werden hier noch richtig hart kämpfen. Und wir können auch easy die Norweger hier aus Kanada rausschmeißen. Wir können auch absolut gegen Argentinien gewinnen. Wir wissen nicht, wie stark beide sind. Das heißt, wir könnten super easy einfach beide total an die Wand fahren. Wie gesagt, wäre Norwegen hier ein bisschen früher da gewesen, als meine großen Armeen noch hier gewesen wären, das wäre eine riesige Katastrophe gewesen. Sie hätten alle ihre Kreuze verloren, ihre ganze Infanterie. Sie hatten ja keine Ahnung. Sie kamen da einfach rein ohne Vorbereitung. Sie hätten eine riesige Katastrophe erlitten. Und das heißt für mich, dass das hier primär auf gutem Timing basiert ist. Und wir das mit gutem Play auf jeden Fall zurückschlagen können. Aber ich muss sagen, Respekt an Norwegen. Trotzdem mega unerwartet. Haben sie richtig gut gemacht. Ich hätte das niemals erwartet. Vor allem, weil ich habe sie ja sogar gesehen. Sie wussten ja, dass ich sie gesehen habe. Und trotzdem kam die Invasion. Total überraschend. Also ich dachte wirklich, okay, jeder, der hier so ein bisschen Respekt vorhat, vor der Aufklärung, würde sagen, nein, Angriff ist jetzt zu gefährlich. Die werden wissen, dass wir kommen. Das ist ja schon längst alles geklärt. Aber nein, sie haben angegriffen. Ich hätte wissen müssen, vermutlich auch, weil sie mir ja auch hinterhergejagt sind. Also sie hat mich vermutlich sogar bombardiert. Das heißt, ich hätte wissen müssen, dass da Krieg bereits vor der Tür steht. Aber ich habe einfach nicht mit so einer wirklich aggressiven Spielweise hier im Late Game gerechnet. Respekt auf jeden Fall dafür. Das war ziemlich gut gemacht. Also ja, wir werden jetzt heute schwere Schlachten führen im Norden. Ich werde euch nochmal updaten darauf dann, wenn unsere Kräfte hier da sind. Und unsere Bomber dann die ersten Angriffe fliegen, vermutlich auf die Kreuzer. Und dann, ups, dann werden wir hier im Süden unsere Linie etablieren. Wir werden die Truppen heranbringen. Und dann geht es hier richtig los. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.